Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Geht's dir nicht gut? Sind sie meinem Sohn gegenüber gewalttätig geworden? Es tut uns sehr leid. Heutzutage sind die Scherereien, die man mit den Eltern hat, schlimmer als die Kinder selbst. So was nennt sich nun Lehrer. In einer Schule mit solchen Lehrern kann man doch keine Kinder anvertrauen. Minato Moginu mobbt einen Jungen. Sein Name ist Yuri Hoshikawa. Wenn wir sagen, dass der Junge schuld hatte, wird die Mutter garantiert wütend. Wenn die Schulbehörde von der Sache Wind bekommt, dann wird die ganze Schule bestraft. Auf Position bleiben! Der Junge lebt mit einer alleinerziehenden Mutter zusammen. Vielleicht ist das der Grund. Ich bitte höflichst um Entschuldigung. Ähm, Herr Odi sagt, dass Minato dich öfter schlecht behandelt. Dass er dich mobbt. Wieso quatschst du mit dem Außerirdischen? Hast du dich erschreckt? Na klar sind wir Freunde. Aber sprich mich nicht vor den anderen an. Ich bin unschuldig, das weißt du, oder? Ja, aber natürlich. Halt die Ohren steif. Ich bin unschuldig, das weißt du, oder? Untertitelung des ZDF, 2020